Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich bin hier mit Mates am Schlüssel, also mit Pre-Mates, nicht von mir, sondern vier Pre-Mates, die gesucht haben. Und sie haben ja eben erzählt, sie haben 27 Minuten gesucht. Okay, die sind ziemlich durchgepeitscht, wie gesagt, sie haben 27 Minuten gesucht. Das ist schon echt hart, oder? One belong? Two belong, Titanic? Four belong. Scheiße! What the fuck? Alle sind belong. Ich dachte, drop, irgendjemand hat drop angesagt. Naja, okay, schade, er wird jetzt von allen Seiten gebumst. Shit, man, die erzählen ganz schön viel und vor allem nicht auf Englisch. Obwohl scheinbar einer auf jeden Fall kein Russe ist und ein anderer hat sogar Deutsch gesprochen kurz. Also es ist wohl eine bunt gemischte Pre-Mate-Gruppe. Connector, äh, drop, drop, drop. Ja, der ist Deutsch, alles klar. Was hat sie für eine Bumme gehabt? Auch eine Piste, äh, eine USP, alles klar. Nice, was hat der gehabt? Sehr, sehr gut. Hat jemand defuse? Nein, keiner hat defuse. Nice. Ich habe keine defuse. Car. Jetzt habe ich gerade einen dicken Winner eingefahren und ich dachte mir, ich nehme sofort die nächste Runde auf und schon kriegen wir hier so ein bisschen auf Genuss. Aber vorhin hat es auch so angefangen. Wenn es Pre-Mate sind, warum könnt ihr denn nicht im Team-Speak sein, um ihren, äh, Trash-Talk da zu machen? Oder ihren Private-Talk halt. Ich will jetzt zahnend. Ich ruhe da mit dem Messer, dann bin ich schneller. Da, 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 da. Komm, ich muss durch und direkt die Klicks drücken. Be long, got that shot. One on spot, B. B on spot. Ach, fuck! Überall, scheiße, Mann. Was habe ich ihm gegeben? One is half HP. Easy win, easy go. Na, 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 na. Ja, muss er da jetzt hin zum... Oh, die Snogger da daneben. Ah, Drop! Leute, was ist da los? Ja, super, geil. Ja, scheiß. Er kam sofort Drop durch und Drop ist niemand drin. Jetzt habe ich gerade Full gekauft. Ich habe fast auf 100 runtergekauft. Und da werde ich einfach von hinten nicht sagend gebumst. 0, 4. Ah. Je nachdem, wie das läuft, könnte das sogar echt Richtung Downrank gehen, ne? Ihr habt es ja vorhin gesehen oder letztes Mal in meinem Matchmaking. Da hatte ich ein Downrank-Spiel gegen Doppel-AKs und das war zum Glück ein Win. Also gegen ein paar Doppel-AKs, es waren auch einige DMGs dabei. Aber ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Too big long. Okay, komm, zwei gegen einen. Bombe ist bei ihnen auf dem Spot down. Und der Kerl hat schon gefressen wie noch was. Oh, fuck, fuck, fuck. Warte ab, warte ab. Oh, Gott. Scheiße. Nicht gucken, Mann. Der hat eine AWP. Oh mein Gott, wir haben die Runde echt abgegeben. Es waren zwei gegen einen, warum geht denn der Kerl auf Speedway vor? Die Pumpe war doch on-spot down. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum er sowas macht, aber naja. Jetzt sterbt nicht schon wieder, lass dir doch kommen, Mann. Also. I go away. I gonna stay on-spot. I was noch bei Wood. Komm. Fuck. Nice. Jetzt haben wir aber rumgedroppt hier, Heide. Nein, die Runde ist ja schon fast vorbei. One is dropped. You saw me. Two dropped. Another one. Scheiße, nein. Ich hätte weggehen sollen. Komm schon, das machst du. Oh, schade. Und is close on be long? Nice is down. Na also, komm schon, komm schon, komm schon, mach sie um. Fuck. Eine AWP. Warum haben die so viele AWPs? Cluster ist auf long. Bitte macht... Ja, also. Nice. Macht nicht den gleichen Fehler wie vorhin, wollte ich gerade sagen. Also, ich glaube, ich gehe jetzt echt jedes Mal drop, weil wenn die Drop nicht richtig gucken, werde ich zu hart gebummst. Von hinten dann. Verstehst du? Okay, wenn er jetzt im Drop drin ist... Ah, nee, ist er nicht. Shit. Ah, behind me. Fuck, he's mad. Ich dachte noch, soll ich hinter mich gucken? Da wird schon keiner sein. Ich habe auch eine Nate reingeschmissen. Dann hat er die gefressen, ne? Ich bin einfach zu unfokussiert. Verschissen nochmal. Oh, oh, blau... Gelb braucht auch einen Drop. What the fuck? Leute, Gelb braucht auch irgendwas. Be on spot. Be on spot. Ich spiel wie ein Spast. Verdammte Kacke. Das Spiel davor war ich topfrager und jetzt habe ich einen verschissenen Kill. Das macht mich gerade richtig stinkig da. Ja, ich gehe jetzt Drop rein. Und vibe hier. They're coming drop. At least two. Oh, Bomb is A long. I'm coming. A long too. With Bomb. Ich will einfach nicht anlaufen hier. Ich komme einfach nicht in dieses verschissene Spiel rein. Ich habe zwei verkackte Kills in der 80. Runde. They're coming. Mate, kill ihn doch bitte, Mann. Ich sammle aber auch gerade Assists wie ein Blöder, ne? Ich dachte, Orange holt ihn jetzt. Oder Gelb. Ja, Gelb ist es. Und da baitet sich Gelb die Kills zusammen. Das ist jetzt blöd, ne? Nice. Alter. Das war eine richtige Schelle. Diese Crap Games sind... Ah. Ah. Man ist still in Drop. Maybe Window out. Connector. Ah. Ich habe jetzt in der Runde so viele Kills geholt, wie ich sie bis eben insgesamt hatte. Wow. Lass ihn doch... Okay, ich verstehe schon. Ich will die AK. Ich will die AK. Ja, hast du die AK vielleicht hier oben liegen gelassen? Nein. Egal. Nochmal eine Runde P90. Läuft halt bei mir. Wenn schon Drop, dann nur mit P90 oder Pump oder irgendwie sowas. Ich habe schon ein paar Lucky Rounds mit Swag7 gehabt. Das war... Zuckerig. In Drop. Aber eigentlich bin ich auf Kabel immer... B-Long. Entweder mit AWP oder M4 oder irgendwas. Auch mal mit einer UMP und hock mich hinten in die Ecke. Ich smock mich ein, hock mich hinten in die Ecke und warte, bis sie kommen. Ist Purple jetzt drin? Nicht wirklich. Okay. Und ist A on Spock? Ist es kein Connector? One Connector? Oh mein Gott. Und ist an der Balkone? Shit. Wow. Nice. Nice. Sehr schön. Ich würde sagen, mit 6,9 kann man arbeiten, gerade so. Aber es ist schon irgendwie eklig. Hier kamen schon wieder Stimmen auf, die würden cheaten, aber ich habe nichts gespürt davon. Also die spielen halt völlig normal. Vor allem sind meine Begegnungen mit denen wirklich so scheiße schlecht von mir. Einfach von mir. Ich spiele wie ein Silver und die Runde davor wie ein Global. Warum, wie und weshalb? Klar, Tagesform und so, aber gibt es auch eine Stundenform? Okay, komm. Watch behind. Ja, he's tagged. Last one drop. Just let him come. Lass ihn doch einfach herkommen. Warum müssen die Leute immer so eklig draufgehen? Hör drauf! Lass ihn doch einfach herkommen. Lass ihn doch bitte herkommen. Okay. Es ist echt bescheuert. Auch wenn es lustig ist, wenn man es dann schafft. Ja, ja, ja. Aber wenn er jetzt gestorben wäre, wäre ich der Letzte gewesen. Mit Half-Edged Peter, was ich hatte. Dann wäre die Stimmung aber gleich eine andere gewesen. Verstehst du mich richtig? Björn, spot us-down. B looks good. I got chicken. I got a plant. Hm, fucking Camper. Das finde ich immer lustig, wenn die Leute, also in einem Spiel wie Counter-Strike, von fucking Campern sprechen. Wenn man gegen CTs spielt vor allem. Die ja dazu verdammt sind, die Bombenplätze zu sichern. Indem sie sich, äh, auf ihnen bewegen, sitzen, verstecken. Ich dachte echt, es wäre eine coole Idee, nach so einer Runde on fire einfach das nächste Mensch mehr gegen zu machen, weil ich dann den Skill noch habe. Aber die pushen sich jetzt gleich hoch. Komm hoch. Komm her. Nice. Ich denke, der Letzte ist irgendwo bei B. Ah, Little Room. Really, sagt er. Meine Mates waren doch hier gestanden vor Little Room. Meine Hose ist voll. Jetzt komme ich vielleicht langsam mal in den zweistelligen Kill-Bereich. Mal hin, bin ich kein 007 gewesen. Aua, scheiße. Oh, Double Smoke ist ziemlich eklig, aber wenn er durchgeht, können wir es schaffen. Kurz mal chicken, äh, Molly. Dann mal sch... Stairs is down. When is B on spot? B, B, B. Okay, ja, he got up. Okay. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen und nicht zeigen, zeigen. Ja, wuhu. Mein Ayuppie. Öh, der hat eine M4? Das ist doch eigentlich mein Ayuppie gewesen. Habt ihr alle Kirsch... Habt ihr Kirschenerich, ja. Habt ihr Kirschenerich was drauf? Das sind alles Lederverarbeitungsspezialisten. Er ist oben auf der Ding drauf. Alter, Verwalter. Wer macht denn so was? Auf einmal bin ich wieder on point. Passt mal lieber hinten auf, Jungs. Nice! Oh shit, ja, da ist einer, da ist einer. In dem verkackten Window. Ich hasse es, wenn die da stehen. Das ist widerlich. So, ich geh vor. Won't be on spot without. Shit! Es könnte sogar ein gemütlicher Argo werden. Sie haben noch sehr viel Zeit. Orange ist auf A und alles sieht irgendwie voll frei aus. Und luftig, locker. Blau kommt auch langsam, steppt hier aber wie ein Elefant. Oder fällt wie ein Elefant. Ach ja, hab ich hier mal einen angefragt. 26 in 1. Und... Suck! Guck mal, schon haben sie die Runde eigentlich geholt. Der ist jetzt hier vor den Connector-Doors. Die Bombe liegt auf A, ganz sicher. Oh. Mach das nicht, mach das nicht. Nein, 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 nein. Das war knapp. Sowas kann so brutal in die Hose gehen. Aber naja. Nice! Easy B, go! Window's down. Maybe stone now. We're gonna molly. We're gonna plant. Please watch chicken. Connector's coming, one. No, he's at stone, shit. Warum hat da mein AIM versagt? Öh, der hat die grad vergewaltigt. Ich weiß schon, die Überschrift. Terrorist vergewaltigt Polizisten. Und das wär vollkommen zu Recht so benannt. Vollkommen zu Recht. Oh, Bombe geht alleine mit. Okay. One is dropped. He got hit. Let's go be fast. B, 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 Bomby. Incoming. No, one is on Titanic. Scheiße! He's on B now. Orange ist doch durchgegangen. Wie hat der denn nicht... Warum bin ich... Ach so, Orange ist hier runtergegangen direkt, ne? Durch die Smoke und ich... Ah. Okay, ja. Der stand auf meinem Lieblingsplatz. Ähm... War das nicht hinter dir? He's connected or not? Maybe go on window. Drop. Meine Calls sind einfach on point. Nice! Fucking nice! Ich bin einfach letzter. Wie geht das? Aber hey, wird halt trotzdem ein easy win. Ich sag's mal so. So. Das ist das Gewinnerspray. Und ihr müsst auch noch hier die beiden Türen aufmachen. Und dann wieder eine zumachen. Dann habt ihr den Win in der Tasche. Passt auf, ich jetzt einfach ein Ace mache. Vielleicht sogar zwei. Na gut, das war eben geplant, damit die nächste Runde dann ein Ace wird. Look ich. Also jetzt muss es echt mal knallen hier. Wir müssen nochmal auf B drauf kommen. Das war vorhin echt schick, wie wir da drauf waren. Mitte wurde genutzt. Bitte vergesst die Bombe nicht. Ich hole sie mal. Äh, Yellow bringt sie mit. Okay. Ja, Drop war einer. Vielleicht pushen die sich hoch. Sears ist down. Okay, okay, okay. Hier ist Speedway or outside. One. Close. Ich habe eine Smoke für dich. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Bitte, bitte. Lass es, lass es einfach. Oh Gott, guck nicht. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Ist aber trotzdem mein Fehler. Ich hätte ihn auf Long einfach kommen lassen sollen. Und nicht auf Long Range versuchen da mit meinem wackeligen Aim, gerade von diesen edlen Kills. Einfach kommen. Für mich. Mein Advantage nutzen dann, dass ich hab. Weil er ja nicht zwingend weiß, dass ich da stehe. Und der eine sogar auf Speedway war und wir dann hätten beide voll drauf schießen können. Naja. Oh mein Gott. Er kam da durch. Ja, Purple. Nix da okay. Maybe one drop now. Rock. Fuck. Leute, hier müssten wir ja auch helfen irgendwie. Ja, Hopp. Geht mal jetzt schnell planten, bevor ihr euch alle holt. Easy, mein Sternchen, bitches. Komm, ich hab auch vier Sterne. This is easy. We fuck him and then we go home. Oh mein Gott. Wanna say long? Er ist so low wie eine hoe. Aber ein anderer ist auch low. Alles klar, das wird jetzt eine eklige Sache. Aber es muss irgendwie gehen. Ich muss irgendjemandem einfach den Headshot des Todes geben und dann seine Waffe aufheben und die anderen vier auch killen. Dann passt das eigentlich. Dann sollte der Win in der Tasche sein. Es kommt jetzt direkt auf die ersten Kills drauf an. Wer macht den ersten Kill? Wo liegt die Moral dann hoch? Und wo niedrig? Komm, den holt er sich. Ich bin mir sicher, dass Purple den kriegt. Oder auch nicht. Aber auch ohne Pull-to-Block können wir das noch schaffen. Wir müssen hier nur durch und hoffen, dass die Gegner nicht übersehen wurden. So wie die letzten paar Runden. Nice. Let's go away fast. Nate Connector. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das wäre so ein Downrank-Match gewesen. Oh Gott. Dann mache ich den entscheidenden Kill, der mich vom Downrank echt nochmal weggezogen hat. Leck mich am Ärmel. Schon wieder 50 Minuten. Das wird eine Schneiderarbeit, die sich gewaschen hat. Und dann auch noch ein neues Item. Nur Polo Amesh. Oh, sexy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da ist noch überall Zeit zum Truffklicken. Oh, Playlist. Letztes Video. Mein Gesicht.